Heute gibt es mal die etwas andere Salatsauce und zwar wir haben Orangenöl hier, Balsamico, die Rosmarie, das ist ein Schnaps von 17er und Ahornsirup. Zuerst gebt ihr 75 Milliliter Wasser in euer Mixgefäß. Ihr gebt 6 Esslöffel von dem Olivenöl in euer Gefäß, 4 Esslöffel Balsamico. Gebt 2 Esslöffel Ahornsirup hinzu, einer ist schon drin und noch einen Esslöffel von der Rosmarie. Und alles wird gut verrührt und das kommt dann über den Salat.